hallo und herzlich willkommen zurück wieder mal hier bei uns am fast hat er hier noch alles ach so wir warten ja einfach ab es ist da junge bestell dir wat und geh weiter danke was brauchen wir eigentlich noch wir haben soda wir haben donuts wo songs wir wollen mehr donuts ketchup haben wir salat ja 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 wir haben alles noch da wir holen uns noch mehr donuts wir holen uns donuts ich mache ein bisschen lauter ich glaube in dem spiel kann ich wieder ein bisschen lauter machen ich muss immer ein bisschen überwachen observieren ob ihr auch alle dud ist wat wo dick donuts ja donuts ja 20 mit 120 dollar wir müssen auch langsam vorankommen katsching katsching das können wir eigentlich auch mitnehmen was soll denn das kann doch da zu uns ist was so viel besser hier so wir hatten ja hier schön aufgeräumt gehabt noch mal auf hier den laden ganz vergessen das muss laufen das machen wir hoch wenn wir eigentlich zack zack da noch einen hin alles erstmal schön auf diesen drecktresen hier rufen haben jetzt spielt keine rolle wir wollen ja nur dass da ein paar donuts liegen ob die unter einem dreck liegen oder ne jetzt spielt ja keine rolle für mich will nur schnell zugreifen können schnell zugreifen können gleich mal her hier nene gib mal her gib mal her zack 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 muss lang muss lang hake gesagt maaaann so sind denn da die teile wieder hin ey so der kriegt erstmal eh ne soda hä gib mal her hier schön gekühlte soda johle jetzt mal er der lad gewinnst keule zack zack und profischisse so wird er schön zack wir müssen jetzt Geld sparen ne die waren das jetzt hier auf ihr abendlässt wir brauchen jetzt kohle und sich eine lizenz zum verkauf von flaschenbier das könnten wir auch noch machen dann könnten wir flaschenbier an verdienen sie 2000 dollar naja ich will ja hier nicht so untätig rumstehen also nehmen wir uns mal so ein salad was ist denn jetzt Junge merkst du nicht dass du hier ganz ungelegen kommst man nimm den dreck hier bitte und dann ist Jürich was ist denn jetzt kommt ihr alle her zum Donuts fressen oder was ja toll schmeißt ruhig hin ist kein problem für mich ratte ähm was wollte ich eigentlich machen jetzt irgendwas wollte ich machen servicebewertung gibt keine alter small der nimmt am meisten ein mini und dann kommt meiner jetzt auf dauer also weil meiner jetzt der neueste laden ist oder nimmt der wirklich so scheiße wenig ein das kann nicht sein du warte mal pass mal auf ich hab hier soda in der Tasche da kriegt ihr gleich zweimal so ein soda hier hin und dann kriegt ihr hier so einen roten Donut kriegt ihr besser auf ihr Geule so pass auf dann machen wir hier Tomatos wir werden ein paar Tomatos schnitteln ja bitte naja klar der Cop der will natürlich Donuts zack wunderbar wir füllen in der Zeit mal ein bisschen die Salattee auf hier was hat das denn hier ne das geht am einfachsten das ist ganz cool bei Jürgchen werden wir auch noch schneiden da kennen wir nichts als alte Kebab-Heinies ne ja das kennen wir das ist normal das ist was willst du denn jetzt bisschen Gurkenschneider ey wo sind oh ey und hör auf dir Luft zu zu fächern ey was meinst du wie die scheiße warm das hier drin ist mein Gott ne Leute hast du hier gekleckert Junge ne wir könnten auch noch ein paar Stühle holen ne ist mir mal aufgefallen ja bitte ein paar Stühle bräuchten wir auch würde ich mal so behaupten oder ein Tisch wenn wir wollen dass hier noch richtig Action ist dann müssen wir natürlich mal zu hier zack der kriege so da hier raus dann kriege ich noch den hier ja ich weiß der Donutscheiß äh der 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 Dürem da fertig ein bisschen angeröstet zack bitte sehr schön zack zack wir müssen eh gleich wieder einen aufmachen weil die immer nur die Bestimmten wollen was mir ein bisschen ein bisschen was ich soll ist so sag doch mir hat man den weißen hier zack Moment so da so da na endlich Junge endlich nimmst du mal einen anderen hier zack zack hau rin mal süd ja ciao 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 cacao es wäre wirklich vielleicht eine Idee ne eigentum guck mal hier ist das Haus hier kriegen wir dann das Haus juhu Lizenz so was will denn der haben Lizenz für Flaschenbier bam gekauft Aufgabe abgeschlossen ich will jetzt aber nicht losrennen ne auch scheiße so aber ich habe Aufgabe abgeschlossen kaufe Stand für Fassbier kaufe Bierfass CO2 Tank Bierbecher ja jetzt ist aber auch mal gut ne wir brauchen ja auch noch ein bisschen Geld bojelt man zack ein Hörnchen nimmt sie hoch so sehr schön der nimmt Donut Donut mag dir zuschmeißen hier komm hier zack Donut so bisschen Geld einnehmen tun wir ne also so ist nicht wir müssen glaube ich noch ja vielleicht können wir mit Flaschenbier vielleicht können wir mit Flaschenbier am nächsten Tag ordentlich was machen Geld mäßig dann stellen wir hier ein paar Flaschis auf obwohl die müssen ja hier rein ne die knüppeln wir denn da rein aber gut wir nehmen ja durch die anderen Läden auch noch was ein also beruhigt euch wieder ja ihr braucht ja nicht so aufgeregt sein zack zack hier bitte so die will zwei Solas kann sie haben direkt hier aus meiner Hose sehr schön hat die jetzt hier gekleckert wieder beim Becher hingeschmissen kotzt mal an so ne Scheiße können sie schön lassen Temperatur ist extrem warm bei der Mayonnaise warum kann man die im Ding stellen oh scheiße ne ich hab hier so wenig kacke laden es zu jetzt ist abgekühlt ich weiß nicht ob das so gut ist ne wenn die die ganze Zeit naja ihr wisst schon so ey geh los ich hole Flaschenbier mir reicht's der hat da noch die ganzen Hotdogs zu liegen von uns den Schuppen kriegen wir dann geil ach du scheiße was holen wir denn jetzt holen wir alle ne ok doggy dunkel energy lager ich hab ja keine Ahnung ich würde sagen wir holen energy 20 alter 240 und ein dunkel ne auch 20 das war jetzt schön Kohle die wir rausgeknallt haben du das Bier verdammte Kacke hat da wirklich gerade eine Flasche 12 Dollar gekostet dann werden wir mal kurz gucken Kebappe Kebappe so wo ist denn hier Bitch ist das denn jetzt das energy ich seh das doch überhaupt nicht hä what the fuck hab ich Kisten gekauft ich hab Kisten gekauft dann kann ich das nicht wieder da reinstellen nicht dein Ernst ne Junge Alter was ist das wie kann ich dir auch nicht mal in mein Inventar tun die eh ne Pulle ist das eine Kotze wirklich hoffentlich kriegen wir die in den Gefrierschrank ne ich hab Kistenweise gekauft scheiße ey man doch man kann die da rein machen geil so einmal lila und einmal grün so warte mal mein Geschäft Kebab lila dunkel da steht's doch 4 Dollar wir machen hier noch vorher sauber das macht mich hier wütend ey hört doch auf meinen beschissenen Laden hier so zu verunreinigen was soll denn der Dreck okay mit den Kisten hab ich jetzt aber einigermaßen ordentlich an Lagerbestand gekauft sozusagen mein Gott Alter oh 275 Dollar äh 245 Dollar 75 was ist mit meinem Gehirn los 245 Dollar okay ich penne immer noch in einem dreckigen Hotel ich hab da auch nichts da weiter bis auf die Couch ne was kostet denn da jetzt hier so ein Bett zum Beispiel 150 nehm ich da penne ich viel besser scheiß doch muss ja auch mal sein so Small ist offen Mini MGX ist offen ja was ist denn mit dir Junge suchst ein Job komm zum Kebabstore da hinten na los gym weisheide ach du scheiße ich hab meinen Grill angelassen oh jode guck mal her komm mal hier ach ey es naja gut okay nur was haben wir hier kann man das nicht hier irgendwie warum kann ich das nicht hinstellen so wann jetzt los du willst oh ein Donut der natürlich nicht da äh was hab ich denn jetzt hier wo kommen denn alle her hallo ist die Donuts da so Brossant Donut jetzt hier wird noch mal ein hiervon sag lass das schmecken ciao ciao jetzt mit dir ist es das hier ja oh gut ciao Horen so der will natürlich das grüne so ein Donut ja sieht ein bisschen unordentlich jetzt aus aber damit müssen wir leben sag mal her kann man das da auch hinstellen jo zack bitte putz muss hier versuchen wieder ein bisschen Ordnung hinzukriegen so ein Dreck hier ey so klatsch na scheiße egal kommt jetzt durcheinander es muss da kommt schon wieder einer angelaufen straight direkt auf meinen laden zu ja bist du denn schon alt genug mit dem Bierchen was weil du im Bad hast bist du alt genug die paar hier die paar Zottel da unten am Kinn gehen wir nicht auf den Sack Junge ja das verpfeift da lass das Geld hier und ihr braucht hier nicht alles unordentlich machen ja das macht mich wütend ja weg damit wir müssen Geld einfahren ja bitte ja der kommt natürlich wieder ah Donut ja Klischee nee nicht Touché Klischee dann stellen wir eh eine Flasche dahin so als wie Werbung gehen wir hier das haben wir da die will die will surfen ich wusste das zack tschau 4 Dollar her wunderbar wir müssen noch irgendwas vorbereiten hier irgendwie ich hab immer Angst wir haben zu wenig Tomaten oder so jedes Mal ist das selbe dass die denn auf einmal weg sind ja genau Kulé so zack quitz und bam drinne die du ja gut zack und ein Bierchen sehr schön auch rein macht sie gut ja ja dann ist okay aber wenn gab mir schon oh Bier so teuer hier und da aber nee ist okay wir haben ja kistenweise gekauft dann ist das vollkommen in Ordnung komm zieh Leine dann ist das nämlich vollkommen in Ordnung ich dachte das wäre pro Flasche das wäre ein bisschen krank gewesen könnt ihr mal da Platz machen jetzt bitte scheiße man man ich wollte gerade einen Stuhl wegnehmen lass die nicht wenig aber ihr wisst was ich meine da keine Rosanen da Rot haben wir hier ohne Ende nervt ein bisschen 12 mal her zack 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 sehr schön 12 Dollar 12 Dollar zack 450 unser Laden ist glaube ich richtig teuer ne eigentlich aber ist okay ey wir müssen ja auch irgendwie zur Kohle kommen ne ich meine die Scheiße bezahlt sich ja nicht alle von alleine mach doch mal ein bisschen Platz da jetzt kann ich einen Stuhl von hier nehmen kann ich hier rein ist ja keine Zeit hier irgendwas anderes zu machen geht überhaupt nicht durch die Kiste hier draußen hinstellen ne war so scheiße doch ich hab doch da noch so da drin eigentlich ne zack zack die kommt doch direkt hier aus der Addams Family kannst du mir erzählen was du willst ich drücke mal die falsche Taste da lassen wir so stehen so 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 sehr schön haben wir gut sieht gut aus sieht wirklich gut aus stolz stolz bratwurst scheiße der hat keine bratwurst hier mehr wenn wir brat maxel grimm fängt die stimmung an scheiße kann ich ihm nicht geben ups ich muss zurück sorry müssen wir dir nächstes mal kaufen können wir nicht machen äh jetzt gerade hab ja selber zu tun man charlie chaplains frau will jetzt hier ja klar geht mal aber auch eher dann ne oh bitte tschö aber eh ne dose ach eh ne dose eh ne flasche das wir hier schon so so weißt so werbemäßig ja dem fehlen noch bratwürtchen wenn wir brat max grillen wenn die stimmung da geh schnell los scheiß drauf ich hab ja mal ein bisschen luft ja klar die ganze zeit wollten die kein dürem weißt du jetzt kommt die erste sack nase an und will dürem wo ich unterwegs bin ne junge 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 der könnte den wirklich in als scheißen na gut die geht ja noch kriegen wir hin das dürfen wir eigentlich locker hinkriegen jetzt geht uns so ein bisschen das jeld flöten wir waren schon bei schön über 1000 und jetzt ist wieder so badwürstchen hier zufrieden so komm her hier so salad jörgchen tomago und ciao so was will sie ach das kommt von draußen hier das ist ich dachte sie sind im dienst unwell verschmutzen tut sie hoch diesen kopf verdammt noch mal ich darf das nicht gib mal wieder her hier was sind eigentlich bei den autos da komme ich nicht drin ne scheiße man ich will auch so ein lambo junge jungen jungen hast hier letten mach ich denn warum will sie alle donuts die wir nicht haben was ist denn mit dir los du siehst doch was hier auf den tresen liegt ne der nimm auch ditte so neuer auftrag junge dein shirt ist ein bisschen dreckig beunruhigend sehr beunruhigend 4 50 wunderschön also das ist nicht ein gutes gefühl ich mach das mal aus die heck ist aber auch akkurat geschnitten ne wunderbar da könnte sich selbst minecraft mal in eine scheibe von abschneiden warte was ist mit dir zu tot so hier sind wir bisschen salad tomato und mayo ciao 57 50 ihr sitzt immer noch hier könnt ihr bitte gehen das ist mir unangenehm jetzt auch ausschauen auch kunden kommt keiner weil dein scheiß laden jetzt coffee tea wifi area du brauchst ja nicht kommt keiner dann schub mir ist müll schrott bei mir kommt jetzt auch doch doch der kommt der will straight zu mir haben wir doch alle ciao großante jetzt wegen dem penner da nochmal schön in pecken auf mal bisschen salat schuld wieso ist ich hab doch da so viel salat drin gefüllt ihr habt das sind echt schon alt weg übel lass das schmecken auf deinen dienst ich muss hier noch vorbereitung treffen ich werde hier nochmal alles greif zu alles nochmal schön nachfüllen du kannst weitergehen das ist geschlossen junge ich bereite nur vor für moin moin kannst gerne wieder kommen hier wird wieder weit heute nehmen wir sack sehr schön können wir so lassen gehen wir rufen würde ich jetzt erstmal nüscht ich muss langsam mal wieder in den tausender bereich kommen jetzt ist mir ein bisschen zu wenig was hier momentan so abgeht von den anderen läden kommt irgendwie so wenig ist so merkwürdig kann ja nicht sein man könnte auch hier einen stuhl mitnehmen x entfernen er hat ja da zwei tische a2 sitze also zwei stühle das reicht dann hat er zwei vier und ich habe denn da rücker beim bett jetzt 198 wird ja mal weniger kann nicht sein dass das immer weniger wird ich muss auch gucken ob da dings hin passt noch ein stuhl und sonst muss ich dir weiter überschieben eben diese kaffee becher ich schon wieder sehe vor meinem laden wollen wir nicht so eine reinigungskraft einstellen das wäre ja ganz geil sehr schön so also scheiße ich habe hier nur zwei stühle dran gehabt das passt ja nicht hin ich muss weiter rüber nämlich ich werde mal einfach ein stück darüber wandern so sehr gut muss lang aber dann machen wir auf hier vorbereiten hier zack hallo jüd abpackung haben wir noch rot und rosa kann er haben kommt sofort bitte sehr sehr lassen ihre becher bitte nicht fallen danke ich meine ich verteile meine du hast ja immer becher ist nicht zu glauben warum wollen die denn jetzt alle rosa man verteilt hat sich hier als man oder was warum wird denn jetzt der tisch auch dreckig kacke jetzt schon wieder ein rosa hat das glück wir haben noch eine kühle upsala passiert mir öfter mal aber ist okay ich mache mir kurz sauber ja platz platz welcher ich mal auf ich scheine ja ihr lakai zu sein aber was ist denn hier los äh guck mal her hier energy bier bitte sehr ciao ciao oh ja oh ja da kommt die kohle rin das kann nicht wahr sein wieder ein rosa na versteht das nicht die rosa dann haben wir den selben preis wie die anderen hoch oder aber wieso wollen die alle nur die rosa na das kann nicht wahr sein es ist unglaublich ich darf mal ein lönchen nochmal einlegen so so da kriegt ein so da kriegt er sein energy bier nochmal kurz hier rumlofen alt gut tack ja endlich mal wunderbar tack 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 eingesammelt ich mach mal kurz sauber hier ja so 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 wett vählen donuts ich bin grad dabei hier donuts ja was soll ich jetzt machen habe jetzt gerade keine also doch ich habe gott sei dank endlich mal er muss heute damit auskommen dass keine donuts da sind ganz einfach die werden bestimmt trocken die dinge liegen die ganze draußen aber gut die wissen halt was sie bei mir kriegen gute donuts nicht schön gott nein bierchen ist noch da ich werde hier mal sauber machen ja eben da vorne fehlen donuts also ne ich habe es verstanden dem fehlen donuts nicht unter den tisch werfen das ist jetzt los na klar na klar tschüss so der will ja richtig der haut ja richtig auf die kacke hier was ist denn da los da haben wir doch zweimal dasselbe ne schnauze ich habe hier gerade keine zeit siehst du das ne alter den zweimal alles jungen 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 also wer ist jetzt hier wer ok sie ist wieso da tante batz und sie will wir rosa in dem wir gerade nicht vorhanden haben wo wir deine becher umzuschmelden wirklich macht mich aber auch langsam ja aber wir sind wieder im tausender bereich was uns wieder näher an unser ziel bringt der reichste kebab man der welt zu werden und wir haben wieder keine rosanen donuts es ist nicht zu fassen ne ja sehr gut weiter gehen schon wieder da runter weg damit man guckst du immer noch du hast ja auch nix du hast nix er rafft nicht dass sich sein stand einfach nicht lohnt so noch ein dollar wo gehen jetzt ab wo kommst du näher zack wir haben keine mayo mehr so der wird da gerade weggeschoben mein gott ja ich werde dich einfach hier hinter dem laden die werde ich dir deine scheißwaren geben bitte tschüss ob so legst du mir direkt da vorne hin aber das mit ihr die will ja in donut kann sie haben ich mache hier mal kurz sauber da fehlt da fehlt da fehlt ach sie ist das hier ja tschüss er hat auch seinen drecksbecher einfach hier vorne hingeschmissen die saudi aber gut fehlen immer noch rosa ne denkst du ich seh das nicht könnte man hier neben jetzt noch einen tisch machen stimmt ne aber wenn ich jetzt hier einen stuhl hin mache dann ist hier noch kaum platz ne und ich komme auch nicht so gut ran ich stehe einfach da unten noch weggeschön aber das ist ein witzengroß song man endlich gehen die dinger auch mal wieder sind immerhin auch 4 dollar ne davon halten auch so viele glaube ich ja 40 dinger soda sieht aber auch noch gut aus die donuts schon eher die sehen schon beschissene aus okay müssen wir gleich nachkommen hotdog brötchen ach die brötchen gehen jetzt aus small gehen die donuts aus sehr toll dunkle dazu putz da kommt nochmal ein croissant 1126 sehr schön muss ich gar nicht stehen jetzt schmeckt mir da vorne liegt bestimmt ja alles voll mit kaffeebecher da hatten wir hier noch ne soda drinnen für die hier ja und er hier will einfach einen weißen donut easy soll ich geh mal kurz hier man gut schnell das ding immer 350 eingesahnt sauber ja mal sauber ja mal das geht aber ne zwei becher das ist alles das stimmt doch was nicht ma'am haben sie vielleicht noch bock auf ein nächtliches dinner ne sie will einfach nur was saufen ja und nen becher hinschmeißen natürlich aber was ist denn jetzt mit der kiste hier bringt die jetzt im müllkanten hier juhu das wart zack vier dollar nochmal zu scheiße noch mal den ding hier aus den grill das wart wir werden jetzt mal kurz nochmal donuts nachkaufen hotdog brötchen dann werden wir den jetzt nochmal eben schnell tack 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 naja mal ein bisschen schneller jetzt hier junge wo waren wir denn die hotdog brötchen ne alter schwede 40 müssten reichen und donuts 30, 180 Dollar dafür, warte mal, erstmal geben wir ihm die Hotdogbrötchen, dann gehen wir auf den Rückweg bei ihm vorbei, geben ihm die Donuts und wir brauchen auch Donuts beim nächsten Mal, das bedeutet, wenn wir dann wieder Richtung Dings, müssen wir hier rumgehen und noch Donuts holen, wie viel haben wir denn noch, ja gut, ich gebe ihm jetzt die 36 und wir holen uns dann 30, ich hatte noch 6 da, so was braucht er jetzt, er braucht ein Hotdogbrötchen, genau, Senf, er hat auch so wenig Senf, Ketchup hat er noch, Milch, Kaffeetassen, Kaffee hat er noch, Zuckerstangen, ich hier von gar nichts mehr, verdammte Kacke, Wasser, Kaffee hat er alles, er hat Zuckerstangen, Kaffeetassen bräuchte er langsam, was war das andere, Milch, ich krieg davon nichts mehr, das gibt es doch nicht, hm, na gut, wie dem auch sei, oh, komm mal her, Kollege, du kriegst hier die Donuts, no problem, Junge, der Schupp muss da laufen, wollt ihr denn hier hinten, wollt ihr ins Hotel einchecken, ja, dann müsst ihr hier hin, hier, 297 Dollar, so Leute, damit beenden wir die Folge, wir sind Stücke vorangekommen und jetzt sparen wir einfach nur noch auf die 2000, ne, wir sparen jetzt einfach auf die 2000 zu, vielleicht schaffen wir das ja sogar beim nächsten Mal und dann gucken wir, was wir uns dann holen können. Also, ich hoffe, ihr habt euch unterhalten, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, haut da rein und ciao!